So, willkommen zurück. Und ja. Ähm. Jetzt habe ich zwei Tage keine Videos gemacht. Aber jetzt gehts munter weiter. Wo sind wir denn? Ah, gut. Ähm. Ja, da unten ist eine Tür. Also. Nein, da gehts immer nicht hin. Also weiter. So. Okay. Ähm. Machen wir mal die Kisten da aufschlagen. Okay. Ja, die gehen dann aber schnell mal kaputt dieses Mal. Okay. Okay. Probiert sie zum heilen. Das ist auch nicht. Hm. Dann wieder zurück. Das ist immer so eine Sucherei, das ist wahr. Tja, wohin gehen wir denn wenns da nicht hingeht? Schau mal da rein. Da wird sie hingehen wahrscheinlich. Na. Schau mal da rein. Schau mal da rein. Schau mal da rein. Schau mal da rein. So, so. So, so. So. So, so. So. So, so. Ich bin ganz verkehrt. Wir sind ja in die erste Tür schon reingegangen. Ich habe mir nämlich das Video noch nicht vom letzten Mal angeschaut. Und genau, genau. Jetzt müssen wir ja eh da rein. Das passt dann schon. Hörbe den. Na, so verwirrt, wie ich heute bin. Schlimm. Wo ist denn da eins? So, na endlich. Ah, wie blöd. Hey, sieh dir das an. Das ist dir... Das ist Jasmin. Sie braucht unsere Hilfe. Wir werden es niemals rechtzeitig schaffen. Dann habe ich keine Wahl, Ginny. Ich wünsche mir, dass du Jasmin rettest. Geht klar, Attacke. Jasmin. Glück gehabt. Sie ist ohnmächtig. Sieht aber aus, als ging es ihr gut. Jetzt hast du aber bloß noch einen Wunsch übrig. Nicht schon wieder. Entschuldige, Ginny, aber du bist der Einzige. Warte, dies ist dein letzter Wunsch. Verschwende ihn nicht. Diesmal kümmern wir uns um das Wünscherfüllen. Um... Wo ist er da Aladin? Da ist er. So. Was haben wir da gekriegt? Eta. Na, sehr gut. Siehst du, diesmal brauchten wir Genies Hilfe gar nicht. Danke, Sora, jetzt hab ich also nur noch einen Wunsch frei. Was in aller... Huch, was ist los? Oh nein, die Lampe, sie ist verschwunden. Hm, sieht so aus, als wären meine Pläne gescheitert. Ich war mir sicher, du wirst deinen letzten Wunsch vergeuden. Schließlich war Jasmin in Gefahr und es galt, die Herzlosen zu bekämpfen. Aber egal, so oder so bin ich jetzt der Herrscher über die Lampe. Warum tust du das, Jafar? Ich hab dir die Lampe gebracht, um die du mich gebeten hast. Versuche nicht, mich auf den Arm zu nehmen, Junge. Du wolltest mit der Lampe Jasmin gewinnen. Aber das können wir nicht zulassen. Ich bin derjenige, der Jasmin heiraten wird. Du? Wenn ich Prinzessin Jasmin heirate, hält mich nichts mehr davon ab, König von Akrabat zu werden. Du bist nichts weiter als ein Bauer in meinem Spiel, du kleine Kanalratte. Geist, mein erster Wunsch, bring mir Jasmin her. Genie, was machst du da? Tut mir leid, El, mir sind durch ihn die Hände gebunden. Ich hab demjenigen zugehorcht, der seine Flossen an der Lampe hat. Exakt, leb wohl, Aladin, du nah. Na super, jetzt hab ich Jasmin verloren und die Lampe. Du hast später noch Zeit, dich schlecht zu fühlen. Wenn du dich nicht zusammennimmst, wirst du Jasmin nie wiedersehen. Du hast die Lampe verloren, ne? Du kannst sie immer noch selbst retten. Jemanden zu verlieren, der dir wichtig ist, ist schlimm. Ihn nie wieder zurück zu bekommen, ist schlimmer. Sora? Du hast recht, ich darf jetzt nicht aufgeben, ich werde jetzt ihn retten. Aber Jafar hat die Lampe. Wir können nicht einfach zu ihm gehen und hoffen zu gewinnen. Und vielleicht doch, ich hab da eine Idee, hör zu. Schlüssel zur Wahrheit erhalten. So, so. Eishoo. Hä? Wo gehts hin? Ah, ok. Wir müssen erst einmal die Tür finden. Ach ja, das war gemein. Okay, was ist ein Blues? Jetzt werde ich noch bis vor die Tür gehen und dann werde ich einen kurzen Schnitt machen. So, wo ist denn die Tür? Ist der Verzehrsein da oben, oder? Jo, genau. Also, bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich!